Herzlich willkommen bei Ihrem Malerbetrieb Bauer in Meschede. Wir stehen für zuverlässiges Malerhandwerk im Innen- und Außenbereich. Als anerkanntes Ausbildungsunternehmen mit hochqualifiziertem Personal verwirklichen wir Projekte im privaten und gewerblichen Bereich. Unser Portfolio reicht von klassischen Malerarbeiten über eine Energieberatung, Beschriftung in aller Art und Tapezierarbeiten bis hin zur Wärmedämmung, Bodenbelagsarbeiten und Altbausanierung. Vor der individuellen Umsetzung Ihres Projektes beraten wir Sie gerne umfassend in unserer Ausstellung in Meschede. Hier verfügen wir über eine reichhaltige Auswahl von Mustern, Farben und Bearbeitungsbeispielen, die Ihnen einen Einblick in kreative Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Setzen Sie auf einen regionalen Familienbetrieb mit dem besonderen Bezug zum Kunden. Wir verwirklichen Ihr Projekt schnell und unkompliziert. Bauer Moderne Anstrichtechnik – zuverlässiges Handwerk in dritter Generation. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Weitere Informationen finden Sie unter moderne-anstrichtechnik.de